Das Venedig des 18. Jahrhunderts hat Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto, in zahlreichen detaillierten Ansichten überliefert. Hier blicken wir auf den Baccino di San Marco, die Wasserfläche vor dem Markusplatz im hellen Sonnenschein. Rechts sehen Sie den Campanile, den Glockenturm von San Marco. Vor dem Campanile befindet sich der Dogenpalast. Etwas links von der Bildmitte mündet der Canal Grande in den Baccino. Gleich links davon erkennen Sie die Kuppel von Santa Maria della Salute. Canalettos Stadtansichten waren im vorfotografischen Zeitalter als Andenken beliebt. Der Maler fertigte sie daher in zahlreichen Varianten an, und zwar im Atelier. Dafür benutzte er Skizzen, die er vor Ort gemacht hatte, und genaue Zeichnungen. Mit dem ungewöhnlichen Ovalformat erzeugt er den Eindruck, als würden wir durch ein Fenster auf eine grandiose, dokumentarisch genaue Theaterlandschaft blicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ón